In diesem Abend organisierte Verein Wendy für Friedenskultur und Diversitätsmanagement diese solidarische Kundgebung von Wien, Salam vor dem Sudan. Von Wien, Salam vor dem Sudan und unter dem Motto Kunst für den Frieden. Heute sind wir Kulturschaffenden mit und ohne Migrationshintergrund mit dem Sudan zu solidarisieren, unsere Friedenswirtschaft zu vermitteln. Das Ziel dieser Vernichtaltung unter freiem Himmel in Wien ist die laute Nein zum Krieg. Lauter Ja vor dem Frieden. Diese solidarische Kundgebung gewidmet alle Sudaneseinnen und Sudanese, die unter dem Krieg leiden, die Opfer des zwei Generälen. Das ist die Doch auf die Frage von heute nur eine Antwort von vor, vorgestern. Zu Kriegsbeginn schlagen zuerst die Worte, Herr Bede sein, dann erst die Bomben. Außer dem Krieg kommst du entweder verwundet heim oder gar nicht. Eine Waffe schießt nicht von allein, man muss sie schon abdrücken. Der Krieg zerstört nicht nur vieles, was vorher war, sondern dann auch so manches, was danach kommt. Krieg. Es ist der Krieg, der uns aus einem schönen Traum riss. Und uns in die Umarmung der Dunkelheit führte. Es ist der Krieg, der uns den Kuss zum Sterben gab, der den Schreien der Stille auslöste und dann in uns die Worte entflammte. Der Krieg wird verdrängt aus den Straßen, Häusern und Herzen. Krieg. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.